Drinnen, drinnen, drinnen. Wollen Sie drinnen oder draußen sitzen? Hier drinnen ist es sehr warm. Es könnte heute regnen. Sollen wir drinnen einen Tisch reservieren? Es könnte heute regnen. Sollen wir drinnen einen Tisch reservieren? Wenn sich das Wetter verschlechtert, müssen wir vielleicht drinnen feiern. Wenn sich das Wetter verschlechtert, müssen wir vielleicht drinnen feiern.